so hallo aufnahmetest war synchron ich hoffe das ist der part auch es ist synchron wenn ich jetzt gestartet habe und wir gucken erst mal wieder was neues hier bei unserem sternchen das ist ja immer der erste teil und dann würde ich wenn nicht viel neues ist mich um die japanischen level kümmern oder haben wir us noch ich glaube haben wir es noch level ich weiß es gerade nicht muss ich nachgucken was wir essen level noch haben werde ich us level natürlich spielen aber ansonsten wo tricks hat ja das war es dann wohl das ist dann das ist dann der part w r just don't die kaffee challenge ist die upload heim ich habe angst es hat noch keiner geschafft aber ich weiß auch nicht wann das hochgeladen hat das hätte jetzt gucken können ich hab's ja nicht geguckt vielleicht gucken wir es ganz kurz weil das hochgeladen hat ich dann weiß ich wie realistisch es ist also tricks braucht vier minuten ja gucken wir mal was uns erwartet bisher haben sechs leute versucht die es aber insgesamt nur 18 versuche da rein gesteckt das ist ja nix jetzt habe ich wieder nicht geguckt wann das hochgeladen hat ja oje ähhhhh ok puh muss ich da warten oder kann ich direkt losziehen ich hasse es zu warten ne ich kann nicht einfach rüber ziehen ich muss warten ich muss warten anders wird das nix ja gut damit ist der part wohl äh us-technisch schon mal tot so jetzt muss der da rüber ach da unten kommt auch noch mal was raus oje was mir gerade überhaupt nicht gefällt ist da oben seht ihr das als ob ich irgendwann mal aus der röhre hier rauskomme und wenn dann der on off falsch ist bin ich wieder hier unten ich gucke gerade relativ viel dga ähm das ist ein youtuber in mario kart quatsch in mario hier also halt so ne der spielt das ja auch und der spielt rolllevel und holy shit gibt es gemeines zeug wie viele rote münze was jetzt sehe ich die erst aber ich hoffe die sind optional twexy ich treffe das viecht da unten nicht aber das hat schon der beste versuch bisher wir waren sehr nah dran oh gott 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 das ist doch schon mal ja und okay dann kann der einfach mal so der kommt zurück und dann gehe ich drauf so und jetzt bleibe ich erstmal in ruhe und gucke mich um was hier überhaupt ja aber wo ist denn wo soll ich denn ich meine da ist eine münze auf dem fich aber wenn ich jetzt darauf gehe geht es kaputt und das war es wird da irgendwas ausgelöst ah ach ich gehe durch die röhre da dann durch okay das ist keine so trollröhre wo ich irgendwann rauskomme und wenn dann off falsch ist falle ich hier runter sondern da ist einfach mein exit aus diesem raum okay raumaufbau verstanden raumaufbau verstanden ei 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 so das ist doch schon mal jetzt eine ganz andere links ausgangsposition so ich muss die bombe darüber kicken aber wir sind bisher keine fragezeichen bisher keine fragezeichen nur ausrufe zeichen und totenköpfe ganz viele toten köpfe aber keine fragezeichen so 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 okay hier kann ich ein bisschen verschnaufen okay ein einmal reicht ich habe gedacht vielleicht muss ich zweimal einmal reicht dann direkt weiter dann löst er den aus und dann kommen wir auch schon hier hin also der erste raum ist clear der erste raum ist praktisch schon gelöst er liegt schon auf dem boden so nein das war ungünstig das war die falsche reihenfolge so also das ist doch alles noch recht nett hier gebaut so und weiter und in die röhre oh das war ich habe jetzt gerade schon gedacht ne kein checkpoint ich hasse dich why you no checkpoint me twix wohin denn oh gott gib mir doch ein checkpoint oh junge also gut hier gibt es noch keinen checkpoint ja so gesehen ist jetzt auch noch keine große leistung dahin zu kommen ne gut wenn man halt blöd ist natürlich schon ach mensch ja also der erste raum wird ich denke relativ schnell bis auf solche geschichten äh laufen und bis auf die bombe oben die werde ich halt oft daneben kicken aber gut da brauchen wir einfach ein bisschen mehr aus bisschen mehr ausdauer ach aber gib mir doch den checkpoint da drin wahrscheinlich ist das level so groß dass da noch keiner hin konnte so so ok 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 ich hasse alles aber kann ich jetzt nochmal ne die bombe ist ja kaputt keine chance so willst du eine aufnahme machen von den nächsten baumeisterleveln und dann kommt und sagt hier guck mal ich hab was gebaut mein gott ich hasse mich das gibt's doch nicht hab was gebaut ey huch das ist das war neu das war neu aber gut 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 bis auf die bombe da oben komme ich ja eigentlich klar aber wenn ich halt kein quatsch mache das ist so die schlimmste stelle die bombe ist in dem raum die nervigste stelle kann man so sagen nice ok oh es ist so knapp ey aber es funktioniert so das hier ist halt kritisch das hier ist halt ja da hab ich schon verhauen das wird wieder so ein ding sein was ich beim ersten mal hinkriege und dann nicht mehr scheiße das ist kritisch das hat beim ersten mal so gut funktioniert dass ich da alles erwischt habe und jetzt muss ich da ekelhaft und das musste twex auch noch alles auf anhieb also alle ohne checkpoint schaffen selbst wenn es einen checkpoint gibt dann musst du ja alles am stück spielen ich kann es nur immer wieder erwähnen als uploader musst du ja dein level komplett ohne checkpoint einmal spielen ok was echt sick ist ok so wir sind wieder hier hello my friend here we go again ah ich muss nochmal drauf oh man da ist ja sogar der pfeil ah will aber das hier nicht nochmal noch öfter spielen will das nicht geh weg damit bis auf die bombe oben ist es halt einfach nur Zeitverlust weil alles andere nicht kritisch ist und einfach nur dauert so bombe ach man hee hee will das nicht geh weg so 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 ok ok let's go so viel dazu so viel zu let's go hmmm ok plopp und plopp hopps und zack ok passt ich will nie erleben dass das schief geht hier pfff ok ok hier hin hier hin hier nochmal drauf und jetzt einfach da durch und da ist mein checkpoint oh danke ok es war nur ich hatte eigentlich den checkpoint so gut wie gut ist in ordnung ich bin versöhnt so was kommt denn jetzt hier alles aus den Röhren raus oder gehe ich in die Röhren rein anscheinend gehe ich in die ach rote Münzen na yo oh das ist ich verstehe es das ist so ein rote Münzen Checkpoint Ding hier gibt es jetzt verschiedene Challenges und dahinten gibt es wahrscheinlich die Tür mit der letzten Münze hier gibt es aber auch nochmal Challenges sehe ich das richtig? und das musste er alles am Stück spielen ich habe keine Ahnung wie lange du dafür für den Upload gebraucht hast ich soll das ja raten er ist auf jeden Fall krank er ist auf jeden Fall krank müssen wir nicht drüber reden das ist auf jeden Fall richtig krank wenn du das am Stück geschafft hast äh achso ok ja hä jetzt fährt das Ding rüber rüber und hierzu ok yo ok ich glaube das ist der erste Raum den wir schaffen könnten gehen wir in den Raum rein puh puh aber der hat sich jetzt erstmal machbar angefühlt die anderen habe ich halt noch kaum inspiziert hehehe aber bisher war da keine rote Münze habe ich eine rote Münze einfach übersehen oder gibt es die erst nach der Tür dann man weiß es nicht so genau lustig wäre wenn ich einfach die rote Münze übersehe und den Raum nochmal spielen muss aber das wäre so lustig würde mich totlachen so jetzt sperrt das sich da ein und jetzt kommen wir hier hoch aber hier ist im Prinzip bisher nicht also gut ich komme halt zu einer Tür vielleicht geht es da ja dann weiter ziemlich sicher geht es da sogar weiter so also wir machen uns auf die wir bereiten uns auf die Pflanze vor und dann geht es einfach nach oben ich kann da direkt hoch ich kann da direkt hoch ich muss da nicht warten ich kann da direkt hoch okay aber das ist der erste Raum den wir uns auf jeden Fall merken werden der ist in Ordnung aus dem Glück sind da ne durch die ganzen Dinger hier hab ich halt so viel Bewegungsfreiraum und das macht das dann schon angenehmer ich würde halt jetzt vermuten dann ist einfach im nächsten Raum die Münze hinter der Tür oder so dass man erst die Challenge machen muss und dann kommt die Münze oder sowas das ist dann wieder so einzelne Münzen sind die oben dann und dann fällt man hier wieder runter und geht wieder durch den Checkpoint ich hoffe dass es sowas ist dass wir wirklich jeden Raum einzeln spielen können das wäre für den Spieler nett für den Ersteller der muss halt trotzdem alles komplett spielen das ist sick das alles zu schaffen am Stück ne könnte ich mir absolut nicht vorstellen also wäre das die Challenge dass wir ohne Checkpoint spielen das ganze Level wäre ich raus da wäre ich komplett raus so easy und zack und rüber so vielleicht schaffen wir es diesmal hoch zu kommen in die Tür das wäre doch mal ein Erfolg Dankeschön aber hier ist nichts keine rote Münze Gucken wir mal wo ich rauskomme ja genau genau das habe ich gehofft dann habe ich hier mein Checkpoint und achso ach dann komme ich hier raus und dann gibt es da oben wahrscheinlich auch Ausgänge ah verstanden gut dann gucken wir uns jetzt den Raum mal genauer an da haben wir noch nicht viel von gesehen weil wir direkt gestorben sind oh die fallen runter ok 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 aber das heißt wir können uns wirklich Raum um Raum kümmern wir müssen uns nicht überlegen welche Reihenfolge welche Reihenfolge wir die Räume spielen weil wir mehrere Räume hintereinander schaffen müssen nein es ist wirklich sehr sehr angenehm uff da bin ich aber froh da bin ich aber froh da bin ich aber froh ah das würde gehen ok das würde gehen ich muss nicht auf den Swamp warten das würde funktionieren machen wir das so mal schauen ob wir uns den First Clear holen oder ob in der Zwischenzeit jemand spielt wäre ah ich habe schon wieder Quatsch gemacht wäre lustig wäre wirklich lustig haha würde ich lachen ah nein ich hätte gerne den First Clear den kann einem keiner mehr wegnehmen den Weltrekord schon so hoppsi so easy ok und dann hier und dann hier und dann ah da warte ich ich habe den Swamp nicht gesehen alles klar Gott 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 zeittechnisch wäre es vielleicht schlauer diese Röhre zu spielen wenn man hier wieder rauskommt bei dem Checkpoint und erst in eine grüne zu gehen aber egal jetzt habe ich den Raum angefangen jetzt will ich den Raum weitermachen close enough na was ich meine ich könnte auch erst hier in die Röhre reingehen und die Räume üben und mir angucken ich bin zu klug haha aber das kann doch nicht so schwierig sein machen wir vielleicht doch den erst weil dann komme ich bei dem anderen Raum raus das geht schneller guten Morgen na aber hier komme ich direkt rein und dann komme ich vielleicht bei dem Schloss wieder raus und dann äh na kann man das so rum machen oh zu schnell zu schnell zu schnell deton die 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 zu kurz aber das zeitfenster ist groß genug ich bin zu ungeduldig aber wie moment ach so da oben kann ich stehen ja da oben kann ich dann stehen alles klar dachte grad schon aber geht klar ich krieg das noch nicht getimt gedanklich hoch weil ich hab hier kabelproblem so jetzt kriegt das noch nicht getimt merkt man gar nicht der raum ist belastend aber wenn ich nochmal zurück dann das ist quatsch ich muss direkt weiter ich kann da nicht hin und her und und dann nochmal anlauf das ist zu bald er ist schon kritisch gebaut er ist schon kritisch gebaut nein jetzt mach ich wieder den gleichen quatsch wieder zu muss mit zählen 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 5 5 5 Ah, fast. Okay, mit Rhythmus im Kopf ist es besser. Uiuiuiuiui. Ah, das ist... Bisschen später noch. Bisschen später. Oh, jetzt erstmal chillen. Ich weiß halt nicht. Ach so. Ich muss auf das Blaue landen, das ist klar. Bisschen später. Uh. Der zweite Teil ging klar. Und das ist jetzt genau das passiert, was ich meinte. Jetzt komme ich nämlich hier raus und jetzt kann ich in die Röhre und hab's damit. Der Weg ist dann ein bisschen kürzer, immer wieder in die Röhre reinzukommen. Und das so wechseln wir einfach durch. Ich hab's schon wieder falsch gemacht. Aber jetzt komme ich nämlich schneller in die Röhre rein, statt dass ich immer wieder den Raum wechsle. Das war der Gedanke. Ne? Habt ihr verstanden? So. Eieieieiei. Nein, ich hab's schon wieder. Warum mach ich das denn ständig falsch? Gibt's doch nicht. So doof kann man doch nicht sein. Schneller. Einfach mit dem Spinjump weiter. Einfach mit dem Spinjump weiter. Das funktioniert doch. Warum mach ich's denn nicht? Siehste. Easy. Easy. So. Und jetzt gehen wir hier hin und jetzt gehen wir hier weiter. Und jetzt kommt was Neues. Das kennen wir jetzt noch nicht. Ah ja, verstanden. Und jetzt geh ich wieder runter. Ähm. Ja, fast, ne? Schade. Schade, dass das jetzt nicht sofort funktioniert hat. Sehr, sehr ärgerlich. Hätten wir fast, ach, hätten wir fast haben können. Aber ich wollte noch nicht. Ich wollte noch mal durch den Raum durch. So. Aber so wild ist das nicht. Sehr schön. Huf. Dann haben wir den Checkpoint. Jetzt können wir hier uns die nächste Röhre angucken. Das war die mit dem, mit dem, mit dem, äh, Chainchomp, ne? Ja. Oh, hab ich da Bock drauf. Oh, da hab ich richtig Bock drauf jetzt, ne? Das war klug. Aber wir können einfach ja nochmal machen. Wir können's einfach nochmal machen. Okay. Der Raum wird cool. Der Raum wird cool. Ja. Nice. Ich sag ja, der Raum ist cool. So. Zack. Dann haben wir hier noch eine Röhre, nämlich die hier. Die kennen wir jetzt noch gar nicht. Davon hab ich noch nichts gesehen. Das ging fix. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hui. Und Hui. Aber bisher ist der cool, der Raum. Das war nicht so cool. Das war cooler. Hui. Hui. Nee, ich muss, äh, äh, hä? Da unten ist die Tür. Wait. Dann brauche ich doch den Swamp. Quatsch da gar nicht mehr. Hui. Ah, das ist lustig. Hui. Mit Schwung geht's weiter. Und dann geht's mit Schwung. Luh. Mit Schwung zurück in die Stacheln. Jawohl. Aber das alles am Stück spielt, bist du denn wahnsinnig. Hui. Ich meine, in einem Jahr würde ich das schaffen So, und jetzt kann ich doch einfach hier runter Warum denn Der ganze andere Quatsch da Und jetzt ist hier die letzte Röhre Die hier Die uns noch fehlt So, das kennen wir jetzt noch nicht Ah Und ich bin halt auch blöd Geht klar Ähm Aber da ist ja wieder ein Indikator Klopp Da sind extra zwei Wahrscheinlich, dass der da unten einmal schießen kann Das heißt, ich sollte da einen hohen Sprung machen Ja Ist ja nicht so, dass er extra einen großen für mich rausschickt Also für den Spieler Ne? Ist ja nicht so, dass er extra ein großer ist Nein Ich verfehle ihn halt trotzdem Null Da wäre doch ein kleiner auch drin gewesen Hä? Ist er vielleicht deshalb Bewusst groß, dass man da oben eher aneckt Und das ist gar nicht als Vorteil für den Spieler gedacht Ich muss auf jeden Fall schneller runter von dem Viech Sonst komme ich da nicht mehr weg Das habe ich gerade schon gelernt Ich muss einfach da Ja, ich kann da nicht Okay Ich muss da schneller runter Ich weiß halt noch nicht, was mich da unten erwartet Ist halt ein Blind Jump Aber ich hoffe, es ist ein fairer Blind Jump Gut Soviel dazu Noch lernen wir nichts über den Blind Jump Ob es wirklich ein Blind Jump Also es ist ein Blind Jump Aber es kann ja sein, dass da unten Boden ist Und dann ist es ja egal, ob es ein Blind Jump ist Weil dann kann man ja nicht sterben Ne? Gucken wir mal Wie fair Twix war So, ich gehe einfach direkt runter Das ist schon ein Blind Jump Aber ein akzeptabler, würde ich sagen Ähm Ah Ah Okay Ich mache mal lieber größere Sprünge Dass der nicht zu stark runter Ich muss runter Oh nein, ich muss runter Ah ne, ich kann hier rüber Und dann Und dann nur noch da hoch Ich bin so ne Nuss Ich bin so ne Nuss Ich bin so ne Nuss Kriegen wir hin Einfacher Raum Kriegen wir hin Sehr schön Huf Also einzeln gehen die Räume Voll klar Aber das am Stück schaffen Das am Stück schaffen Ich meine, wenn ich jetzt sterbe Ja Wenn Twix jetzt gestorben ist Als er hochgeladen wollte Das Ding Muss er von Anfang an spielen Er muss alle Münzen neu sammeln Er muss alles am Stück spielen Bist du Wahnsinnig Wie? Wie schafft das jemand? Alter Ich hab keine Ahnung Zehn Stunden Uploadzeit Ich weiß es nicht Lang auf jeden Fall Lang auf jeden Fall Richtig krank, Junge Richtig krank Äh, okay Puh Puh So Jetzt machen wir einfach Keinen Quatsch mehr Ich hab da ein Problem Ich muss da schneller rüber Aha Ich muss da schneller zurück Okay Aber ansonsten Haben wir das gelöst Ist halt die Frage Vor allem Was nach der Schlüsseltür Noch kommt Kommt dann direkt Das Ziel Oder schmeißt er mir noch Den Kampf entgegen Oder irgendwas Oder noch mehr Level Kann ja sein Dass dann einfach noch Ein Checkpoint kommt Und es kommt die nächste Münzen Äh, Münzen-Challenge Sag ich schon Die nächste Der nächste Abschnitt Man weiß es nicht so genau Rüber, 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 rüber Hop, 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 hop Oh mein Gott Ist das knapp Oder mache ich irgendwas falsch Wahrscheinlich kann ich eher Auf den Swamp zurück Aber wenn ich eher Auf den Swamp zurückgehe Fliegt der wieder höher Was er ja nicht darf Ah, bin ich noch ein bisschen Unschlüssig Wie ich das am ehesten mache Mit dem Kollegen da Also auf jeden Fall Muss der runter Ordentlich weit runter Ordentlich weit runter Ordentlich weit runter Aber Ja, jetzt hat es zu lange gedauert Bis der Swamp zurückkommt Wenn ich ihn Aber mit größeren Sprüngen Runterschicke Geht er nicht so weit runter Okay, die hintere Stelle Hab ich noch nicht so ganz Durchschaut Huch So von der Theorie her schon Aber Es fehlt noch Das Pixelchen an Umsetzung Das ergibt logisch gesehen Überhaupt keinen Sinn Dass ein Pixel Umsetzung ist Aber Man versteht glaube ich Trotzdem was ich sagen will Oh, jetzt ist es gut Jetzt ist er später raus Jetzt geht der Swamp Schneller darüber Und auch wieder zurück Das ist Oh, das ist super Jetzt kann ich da auch einfach drauf Vielleicht war es so gedacht Von Anfang an Wow, wow, wow Töte mich nicht Äh, man kann Von da oben Kann man Das war ganz anders gedacht Kann das sein Gucken wir Da oben ist auch Hätte man von oben Da irgendwie reingekonnt Da oben ist auch noch Zeug Oder war es einfach Alternative Man konnte so oder so Spielen Wie auch immer Wir haben es geschafft Wir können durch die Schlüsseltür Okay, keine Challenge mehr Haben wir den First Clear Oder hat uns jetzt jemand In der Zwischenzeit Den Clear weggeschnappt Wir haben den First Clear 14 Minuten Dann nächstes Mal. Die offiziellen Baumeister US. Haben wir da jetzt schon alles gehabt oder noch nicht? Da hatten wir doch schon alles, siehste. Dann haben wir das durch. Das heißt, nächstes Mal gibt es die Japaner Level. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, was die sich so ausgedacht haben. Und was das für Level waren. Weil man kann ja nichts lesen, was da steht. Vielleicht war das auch irgendwelches Invitational Zeug. Aber in Japan, ich habe keine Ahnung. Ja. Vor allem, wenn da jetzt Hinweise stehen. In der Beschreibung. Ich kann sie halt nicht. Ich kann halt nicht. Ich kann halt einfach nicht. Gut. Wir werden sehen, was passiert. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.